Ein Führerstand, das ist super, sogar künstlich hier ist er los. Ein Führerstand, das ist schon ein Lager. Diese kommen wir ja da nicht, oder? Andi, Kameras Zeit jetzt 56, 88. Sollte eine Zeit, die irgendwo verloren geht, während der ersten Training, oder der zweite Training, oder auch die Brüder, werden wir natürlich auf jeden Fall dann nachreichen. Letzter, das ist schon mal aus. Als voraussahrend, dann können wir ja auch wenig sein. Kassel, der Gruppe A und H bis 2000 Kilometer, am Start Mario Babs, am Start E-305, Mario Sonnleit aus Friedberg, Ford Escort NRL 2.0. Kassel, der Gruppe A und H bis 2000 Kilometer, am Start Mario Babs, 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 am Start Mario Babs.